Armando Torres, Begegnungen mit dem Nagual, der Zweck der Regel. Was ist der Zweck eines Kriegertrupps, wollte ich von Carlos wissen. Aus der Sicht des Adlers ist er das Erforschen, Verifizieren und Ausweiten der Regel. Jede Kriegergeneration sollte ihre Spuren hinterlassen, da die Regel von Natur aus akkumulativ ist. Das Erbe jeder Linie besteht aus einer Serie von Positionen des Montagepunktes, zu der die nachfolgenden Trupps ihren eigenen Beitrag in Form neuer Positionen leisten. Gewöhnlich für die Gruppe ein Logbuch, in denen der Nagual die neuen Entdeckungen aufzeichnet. Das Grundinteresse eines jeden Organismus ist es, sich zu reproduzieren. Deswegen könnte man auch sagen, die Regel ist ein Ablaufplan zur Reproduktion eines Kriegertrupps. Die treibende Kraft ist der dauernde Fortbestand der Bewusstheit, etwas, das ab einem gewissen Punkt nicht mehr individuell, das heißt, nicht mehr durch eine Weitergabe von Person zu Person gewährleistet werden kann. Die Ressourcen, die jeder Krieger persönlich durch sein Training erwirbt, sind zweitrangige Errungenschaften. Aus der Sicht der Zauberer besteht der Zweck der Gruppenbildung darin, den Übergang zu einer anderen Ebene der Aufmerksamkeit vorzubereiten, da es ohne die nötige energetische Masse auch keinen Flug in die Freiheit gibt. Meinst du, einzelne Krieger hätten keine Chance? fragte ich. Nein, ich will sagen, dass ein Kriegertrupp mehr erreichen kann. Stell dir vor, du lebst in einer Kolonie von Raupen. Irgendwann verpuppen sie sich und die Metamorphose findet statt. Plötzlich öffnet sich eine Puppe und ihre Bewohner fliegt in einer augenblicklichen Explosion des Lichts und Farbe davon. Der Eindruck, der dir bleibt, ist, dass die Raupe verschwunden ist. Für die Raupe selbst jedoch hat ihr wirkliches Leben als Schmetterling gerade erst begonnen. Doch für eine einzelne Raupe ist die Gefahr wesentlich größer, im Bauch eines hungrigen Vogels zu enden. Genauso verhält es sich mit dem Ziel der Krieger und dem endgültigen Sprung in die dritte Aufmerksamkeit, die Befreiung von jeder Form von Interpretation. Die Menge der dazu erforderlichen Energie kann nur mithilfe des Konsenses einer kritischen Masse erreicht werden, um die notwendige Übereinkunft zu erzeugen, welche die Energie entsprechend verdichtet. Es sind jedoch nicht viele Trupps in der Lage, ihre Energie so weit zu vervollständigen. Aus diesem Grund haben die Naguals eine bewohnbare Oase in der zweiten Aufmerksamkeit geschaffen, ein riesiges Gebäude der Absicht in einer abgelegenen Region des Träumens, in dem sich einzelne Säher oder kleine Gruppen einfinden. Ich nenne es den Dom der Absicht, weil es wie eine gigantische Kuppel wirkt, doch Don Juan bevorzugte es, Nagual-Friedhof zu nennen. Warum nannte er es so? Weil es buchstäblich den Tod eines Zauberers bedeutet, wenn er dort lebt und bleibt. Das ist keine Allegorie, es ist wirklich ein Friedhof. Ob schon diejenigen, die dieses Ziel gewählt haben, die Fortdauer ihrer Bewusstheit um eine enorme Zeitspanne erweitert haben, werden sie auf eben dies verzichten müssen, wenn ihre Zeit gekommen ist. Der Dom der Absicht ist für viele Zauberer und Kriegertrupps das unmittelbare Ziel. Sie hoffen, dass sie ihn als eine Art Transithafen nutzen können, um ihre Vorräte für die große Reise dort noch einmal aufzustocken. Um dorthin zu gelangen, ist es nicht notwendig, dass die ganze Gruppe auf einmal geht. Manchmal bevorzugen es die Krieger, einer nach dem anderen zu gehen. In dem Fall können sie teilweise zurückkehren, solange die Gesamtheit der Energiestruktur des Trupps noch nicht vollendet ist. Wie du siehst, sind die Herausforderungen, denen sich Krieger in ihrem menschlichen Leben stellen, nur eine Art Vorspiel. Die wirklich spannenden Sachen kommen danach. Frag mich nicht, welchen Dingen sie sich widmen, während sie in jener Welt sind, denn es würde dir wie ein Märchen erscheinen. Das Wichtigste ist, dass all ihre Aktivitäten von der Regel geleitet werden. Ich meinte, dass man die Regel in Anbetracht der Ziele eines Kriegertrupps auch als eine Art präkolumbianisches Äquivalent der göttlichen Gebote anderer Kulturen betrachten könne, als eine Art Sammlung von Regeln, die zur Rettung der Menschen verfasst wurden. Das ist nicht derselbe, entgegnete er, da es nicht von einem höchsten Wesen kommt. Die Regel ist unpersönlich. In ihr stecken keine Güte und kein Mitgefühl. Sie hat keinen anderen Zweck als ihren eigenen Fortbestand. Die alten Säer ließen sich durch solche Analogien verführen und begingen den Fehler, die Regel mit ihren eigenen Interpretationen zu identifizieren, und sie endeten damit, die Regel anzubeten und Tempel zu ihrer Ehre zu errichten. Die neuen Säer lehnen all dies ab. Durch das Erkunden des Pirschens entstauben sie die Essenz der Zauberei und entdecken das Ziel der vollständigen Freiheit wieder, das keine Ähnlichkeit mit irgendwelchen religiösen Zielen hat. Diese Entdeckung löschte in ihnen die Faszination für die menschliche Gestalt, und sie hatten noch einen weiteren Effekt, von dem ich dir schon berichtet habe. Der wilde Enthusiasmus der alten Säer wurde durch Heimlichtuerei und eine misstrauische Grundeinstellung ersetzt. Am Ende verpuffte die positive Wirkung, die das Pirschen auf die Kriegertrupps hatte, in eine Art Selbstbetrug und im Verrat seiner ursprünglichen Motive. Mit der Zeit wurde das Ziel der völligen Freiheit zu einer rein rhetorischen Angelegenheit. Fast alle Zauberer aus Don Juans Linie bevorzugten den Flug in die zweite Aufmerksamkeit. Mit Ausnahme des Nagual Julian Osorio wollte keiner von ihnen auf die Abenteuer und die Ekstase eines Besuchs im Dom der Naguals verzichten, jenem Gebäude, welches die Zauberer dort draußen in der Nähe eines Sternen in der Konstellation des Orion aus reiner Absicht errichtet haben.